Ich glaube, dass meine Frau, dass meine Frau, glaube ich, das Licht brennen hat lassen. Das stimmt nicht. Ich habe nichts gemacht. Es ist so, er springt nicht an, es wird sich gar nichts. Was ist denn das für dich? Wir haben das Auto. Das ist ein Geländeauto. Das ist, weil wir hinten noch, wir haben so eine Hütte oben und dann kommt es mit dem viel besser auf. Und ich glaube, dass sie das Licht brennen hat lassen. Nee. Herr, tu nochmal. Ich kenne sie. Das ist ja, normalerweise ist das ein ganzer, ganzer lauter Ton. Aber ich habe, ich schwöre Ihnen, ich habe das Licht abgedreht, ich habe kein Radio reinen lassen. Ich steige einmal aus und lasse ihn einmal probieren vielleicht. Das blöde ist nur, wir haben einen relativ dringenden Termin jetzt beim Notar. Bitte? Mit was geht denn das? Mit Schlag? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Diesel. Ja. Ich tanke nie. Na, vielleicht hast ja du falsch tankt. Du hast gestern tankt. Warum so, das ist ja, das ist ein Diesel. Ja, freilich. Das ist ja kein Diesel. Was ist das ein Diesel? Na. Hast du Benzin eine tankt? Ja, gestern. Weil ich einmal tankt habe. Was kann man da machen? Dann haben wir freisch tankt. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist, ich spiele es ja gar nicht an. Ich weiß nicht, das muss mit Strom oder mit irgendwas. Das ist ein Pec Perrego. Pec Perrego, da steht sie, ein Pec Perrego. Was ist das bitte? FG 4 Forest Guard. Das ist ein Rodeo Ranger an sich. Na, jetzt haben Sie mal unser Auto hingemacht erst. Ich habe mal geschaut, wie ein Antrieb, was das hat. Das ist ein Diesel. Das haben Sie mal gesagt beim Kaufen. Ich habe eben nur Diesel gedankt. Na, jetzt ist klar, ich habe Benzin tankt. Das habe ich aber nicht gewusst. Hast du immer Benzin tankt? Ich habe noch nie tankt. Ich habe gestern einmal tankt. Das Fahrt ja nicht. Ja, natürlich fahrt es nicht. Das ist ja das Problem. Keine Ahnung. Scheiss Kisten. Du hörst nicht aggressiv. Ich habe gesagt, kaufen wir uns normal einen Golf oder was. Aber nein. Geh weg von dem Auto. Ich mache das nur kaputt. Das ist ein Deppertes Statussymbol. Vorsicht. Aha. Was haben Sie jetzt gemacht da hinten? Sehen Sie, jetzt ist es wieder repariert. Na ja, na ja, na ja. Na ja. Na ja. Jetzt geht es zum Notar. Na ja. Ich habe ein bisschen... Mach mal die zweite eine. Ein bisschen Strom, Kerato. Ich sage, ein bisschen Notar schafft, ist noch so nicht. Na. Ja, sonst muss ich dir halt antauchen, dass so ist.